Hallo Hallo Hally hallo Hallhören da sind wir ja auch schon wieder doch hier und der Branden der Berthöhle und wir sind hier noch getan und ich weiß gar nicht, ob es so gut war weil der Kollege steht da noch und er läuft immer zu und da kommt er schon wieder hin und her und die diesen müssen gern noch zum ausgang kommen ich werde es erwarten dass er wieder zurück geht und dann mit dem letzten bisschen instinkt an dem da vorbeischleichen und dann hoffen dass das alles so klappt wir uns das vorstellen ja guck mal nicht so geh weiter so ok los geht's das ist nicht mehr viel instinkt und er dreht sich auch noch um das hat gereicht und das leiden bis leiden drehe ich doch um na los du standst doch die ganze zeit so umgedreht also müssen wir doch da steht noch eine verdammt ich dachte wir jetzt ausgang ist doch noch ein bisschen weiter weg boah der nervt mich da gerade richtig der typ drehe ich doch wieder um ich habe nichts mehr zum werfen so das ging ja gerade noch mal gut hier sind schon wieder welche das hat er gerade gesagt er ist die königin von narnia ok langsam solltet ihr nicht zur sierra-squad stoßen wie ursprünglich weg eure archie hier rüber so verfliegt noch mal ok ich wollte das ja nicht anders komm her na los ich brauch die silber bohles machst du noch eine natürlich zieh ich auf den kopf so kollege das war's naja nicht wie geplant aber naja ihr wisst schon wann läuft denn hier auch mal was nach planen ach hier können wir einfach runter naja immerhin sind wir jetzt am fahrstuhl oder was das ist angekommen da los kann nix machen drück doch drauf wieso geht das jetzt nicht was liegt denn hier ach Munition ich will draufdrücken lass mich doch draufdrücken nein was ist denn jetzt hier los oder hält drauf schießen kommen schießen jetzt in hier warum geht das nicht oder muss man das ding zerstören was ist das ziel die hälfte von haupt ich glaube wir haben ein ach das gleiche oben so es werde licht ich darf doch als die betrüger kommen die federmäuse eindeutig jetzt können wir auch hier schön den generator anwerfen dafür stecken wir noch weg und da kommt schon der aufzug und aufzug in betrieb nehmen noch kurz sauber machen mal ist das nicht schön ne aber sieht echt cool aus muss ich ja mal sagen cool 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 noch irgendwelche gegnern erstmal nicht so was ist hier hinter gar nichts können wir noch ein bisschen laufen ach da vorne steht schon eine denn mal lieber nicht laufen okay geht weiter anlage infiltrieren das hier unser freund der helikopter wow ein sniper da hinten müssen wir hin okay lass uns erstmal hier rauf gehen sieht aus wie ein guter aussichtspunkt ja das sieht wirklich so aus schritt ins licht so nach unten klettern so ok lasst uns mal ein wenig überblick ach hier unten ist nur der eine typ und da hinten sind mehrere ziel lasst uns mal mit dem sniper oh die band hat jetzt hier so ok da steht schon einer ok den hier schalten wir erstmal aus so ruhig stellen nur wo verstecken wir ihn jetzt ach hier können wir ihn gleich reinwerfen das hat doch gepasst so weil ich glaub ach ich seh grad das neilbart ja einen schalldämpfer aber naja sicher ist sicher und vorsicht ist die mutter der porzellanen kiste so reicht auch wieder eine ok ist er jetzt da hinten noch und zack so viel dazu und und zack so und da hinten ist auch noch eine und und verdammt aber wir haben schön munition und jetzt geht er da hin na komm na komm na komm na na endlich so nachladen und da kommen schon wieder und tschüss und tschüss und tschüss wir haben hier ne Leiche keine Ahnung und 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 wir sind denn da ob die munition da jetzt reicht bin ich ja langsam doch ein bisschen skeptisch haben sie mich jetzt gesehen haben sie mich jetzt gesehen ich schätze das heißt ja so so hast du noch ich wollte gerade sagen es nur noch einer ok noch die letzten fünf Schuss so ach hier unten wo wo kommt er denn jetzt her da hinten ist nur einer wieso haben wir auch geschossen nein letzter Schuss der muss sitzen Freunde DER MUSS SITZEN so oh wie viele kommen denn hier ich brauche Munition 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 nö ok aber komm das mit der Sniper doch gerade dazu verlockt was haben wir denn hier wow cool endlich kriegen wir die fetten Wum wo dann und wo 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 schnell in Deckung wo wo viele viele sind denn da gar keine Munition mehr so die Waffe wieder und ein bisschen nach vorne und hier können wir nach unten klettern und so hätten wir uns lange haben können naja gut dafür ist es wohl jetzt zu spät ok so aber es sind echt viele ja einer weniger und noch einer weniger und noch einer weniger wo haben wir jetzt noch welche da ganz hinten und ist er tot aber sie treffen mich auch nicht nein schon mal was gut ist so Anlage infiltriert ja vielleicht schlecht als recht aber ja er lebt noch na geht auch drauf endlich menschenskinder so war es der letzte was haben wir denn hier noch ach hier das gewill wo ist er ein bisschen ach da ist ein check da ist achso ich vergesse die ganze Zeit ins Ding zu machen da sehe ich die Gegner doch ah erstmal ach checkpoint geht er jetzt nicht na der ist da oben ist das überhaupt ein Gegner na der sieht so hilflos aus wo und da ist der letzte na komm er läuft weg da ist keiner mehr gut so schnell hier rein da ist mein sicherheit Verstärkung ist da wenn du auch da siehst da ist er wie ich gesagt habe ok ah Energie sehr gut ok kommt er hoch ah die wissen nicht dass sie hier werden ah sehr gut ich glaube ich komme hier gar nicht raus was haben wir hier was haben wir hier Zinkernisse ist hier hinten noch einer sonst kann ich mich jetzt einfach an ihm vorbeischleichen so und jetzt schnell da hinten hin oder da rein lass uns mal einen nebeneingang nehmen hoch ok komm schnell weg wo wo wir sind hier überall Gegner ja boah viele kommen und langsam geht jetzt auch schon wieder die Munition aus und dich erledigen wir schnell mal so aber ich dachte wir können jetzt eine Munition von dem fahren na toll was ist hier noch ach sind alles nur Zivilisten ok wer hat die Munition naja gut Freunde ich würde sagen bis zur nächsten Folge bis